Tauglichkeit hat Konsequenzen, auch wenn es nicht gleich hier enden muss. Eine Karriereunterbrechung, massive finanzielle Einbußen oder ein eventueller Jobverlust sind Ihre Begleiter bei jeder Art von Zwangsdienst. Sie werden aus Ihrem gewohnten Leben herausgerissen, hinein in einer militärischen Ausbildung für einen fragwürdigen Zweck oder müssen alternativ Zivildienst leisten. Peter Zickenroth hilft bereits seit 1990 jungen Menschen dabei, jegliche Zwangsdienste zu vermeiden. Hallo, ich bin Peter Zickenroth. Mit meiner Hilfe vermeiden Sie sowohl den Wehrdienst als auch den Zivildienst hundertprozentig sicher und völlig unabhängig von Ihrer Ausgangssituation. Auch dann, wenn Sie schon tauglich gepostert sind, auch dann, wenn Sie bereits Wehr- oder Zivildienstleistender sind oder Ihnen Ihre Einberufung unmittelbar bevorsteht. Und sogar auch dann, wenn Sie sich zum Beispiel für sechs Jahre beim Katastrophenschutz wie THW oder Feuerwehr verpflichtet haben. Meine Methoden sind hundertprozentig sicher. Ich mache das seit 1990. Es gab in dieser ganzen Zeit keinen einzigen Misserfolg und ich habe viele tausend Menschen betreut. Entgegen weit verbreiteter Gerüchte hat eine Ausmusterung für Sie ausschließlich Vorteile und niemals Nachteile. Es gibt keinerlei Datenaustausch zwischen der Bundeswehr und irgendwelche anderen Institutionen, Behörden, Versicherungen, Arbeitgebern und so weiter. Bestellen Sie meinen Anti-Währdienst-Report und Ihr Wehr- oder Zivildienstproblem ist in Kürze gelöst. So sicher wie das Arm in der Kirche. Falls Sie vorher irgendwelche Fragen zu der ganzen Thematik haben, rufen Sie mich einfach an. Ich schildere Ihnen den Ablauf von der ganzen Geschichte anhand Ihres persönlichen Falles. Tauglichkeit hat Konsequenzen. Das Leben ist kurz genug. Genießen Sie es. Bestellen Sie Peter Zickenworts Anti-Währdienst-Report und Ihr Wehr- oder Zivildienstproblem ist in Kürze gelöst. So sicher wie das Arm in der Kirche. Wenn Sie vorab noch Fragen haben, rufen Sie einfach an. Peter Zickenworts erklärt Ihnen den Ablauf gern anhand Ihres persönlichen Falles.